um hallo und herzlich willkommen zurück bei 2-4 ist immer heute wir spielen ein neues spiel namens 3 3 das verletzte war der Fall und dann ist es als die Fahrer zum zweiten Mal an will ich mal ganz ganz dringend betonen da er ist der Herr Welt wie zu inkompetent war ein Typ neben mir musste dazu sagen hat sie doch der Zauberer der Kurs wie ich weiß gesagt das ist falsch sein hätte ich das merken sollen dahinten müssen nämlich raus also wir haben die Mülleimer hier stehen liegen die Beute wir sind abgefahren nicht von vorne an wir haben einfach hier wird er spannend hier wird ein sehr spannendes Spiel das war einfach schön genial aber jetzt wird er doch wird es jetzt ist sie wie es jetzt losgeht also ihr wisst doch etwas los ist was jetzt überhaupt kommt oder warum wir nicht trauen uns in den Raum zu laufen sein ihr so ich bin einfach mal vorwarten ein nennen passt mal auf die Müllbeutel auf jetzt kann ich mir gerne mit dem Link um die Ecke die kommt trotzdem rein kommt niemand what the fuck scheiß Müllbeutel hier ist nichts hier muss doch wohl der Spritzer oder irgendwas sein wenn sie wieder Leben bekommen das ist doch ein Dreck wir hätten vorher nicht so viel Leben verlieren dürfen eigentlich achll weißt du erst mal geschafft weil sie schon es ist ja auch in die Vorbereitung am besten viele in der Landexberber wobei gesehen die Leiter oder unter uns sich über so vor Ort und sie hat mehr verarscht er hat er weiter der Speicher aber auch auf der Falle der Welt der Generalweite aber ich habe den Müllbeutig aufstehen die Welt ist kein spitzender alles so da das ist man hier und geht es was steht nicht stimmt die Städte und den größeren ein Schlagzeug jungen halt die fresse hier muss ich weiter also es hätte das spiel grafik mäßig das ist der top liga mit also ich würde mal sagen die aktuellen titel wie ich weiß es ich fahrt bei vier oder so die das ist muss schon einstecken hier bei dem premium game ja wo du grad für fahrrad hier hast du die nummer um 180 grad geredet hast auch hier die vier sicher weil ich das war ein zeichen ich rede ja nicht umsonst von fahrrad vier erheben ist das war ja nicht einfach so ist ja auch die lampe die ist so krass also rund wie im kreis greif rund würde ich mal sagen das ist hier so wie lange sie auch so macht sie die rund ja also ich weiß nicht ja genau endlich sollen wir gleich nehmen denn das vertreten sind ja jeder gleich speichern so der spritziert ist man schön hier eine jetzt eine wunde das messer ist übrigens premium das habe ich gefunden was wir wohl später von anfang an habe ich ja das hat mir von anfang an das war auch gut ihr habt ihr von anfang an tisch was die waffe mit fällt jetzt mal gar nicht sein ist ein dummes gelaufen jawohl geschafft selbst so sieht es aus wir waren schon abzugt weil ich habe es geschafft ist hat die nahe in dem spiel der ist er welchen die nachgenehmig da ist und er hat es dessen nicht wo auch der Weg nicht daran also er ohne Spaß das Spiel das ist die Augen der Ehe aber klar ist das Wort voll so was schon verhandeln wird es ist auch noch ja ich weiß ja ja die Tüge weiter geht's müssen wir unten gehen nein Rack schlafener Trepp Verrack wiegt wenn du auch und der Händen muss sie haben so drücken Ränen ist gefährlich und da muss er auf 2 und war doch sagt bei vierten die Niederkarte Zeit kann man sagen es ist scheiße gern der Scheiße wo ist der Heizkörper schön guck dir das an auch der Detail dargestellt und gut ich meine ich weiß nicht wie altes Spiel Koffer sind du hast gesehen ich hab da Der Aufnahmebildschirm war bis 10. Du HUR! Ja, leckt mich der Mann! Alter, what the fuck! Ich habe schon wieder diese Müllbeutel angerannt. Alter, mein Herz bleibt gerade standen. Du meinst auch? Alter, ich würd doch das Brett nehmen und nicht das Dreck. Das könntest du ihm richtig schön im Ohr absagen. Nö, der Mann nimmt da alles an. Warte, warte, ich muss das auf. Was, mit dem Stuhl so Roller, so Vollgas? Du darfst mich so drehen und dem einen Goschen da. Was heißt dein Ding? Die Binde ist da drauf und da drehst du sie. Mich, mich, mich! Sondergesagt! Ja, warte mal, ich muss trinken. Ich auch. Vor lauter Lachen und schreie ich ja ganz im Mund trocken. Ja, wenn wir oder Hannah schreien müssen, dass der ganze Sapke ausfliegt. Da können nicht wir was dafür. Ich wette, wenn wir jetzt reinkommen, steht die direkt an der Tür. Ich übe jetzt meine Taktik. Du kommst schon rein und die steht da, ich wette. Ich wette. Oh, oh. Okay. Komm, du Mistgebatsch. Ich habe einen nicht M-Badfield für Walters die abfiehlt aber nicht da es wird auch die Textur der Erreiter auf 4 5 Kau der 4 4 5 Kassorten den Träuch Flur vierte Flur als Schäste Romant Mordana Reit und dann mit die Führer nicht die Zeit nicht recht und die Enten zu tun ein Stück zu haben das Stoffe hat von der Art der Zeit und das weiß nicht so genau wie es macht nein nicht auch hier ist sicher weiß da geht ich weiß nicht weiß was ist die Lampe oder was soll das darstellen keine Ahnung vielleicht so eine Müllding in manchen Hochhäusern gibt es solche Müllteile der Muschel die sind im dritten Stock im zweiten Stock Wottenfahrt nein da wirfst du den Müll rein und der kommt unten raus die Wäsche Müllbeutel ich wette da bricht in mein Wohnung ei den verschlage da hat er bestimmt drin wenn meine Wohnung reinbringt in verschlage was ist das für ein vornes Zimmer ha 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 oh Tasted bed wo kommen wir schon aus Januar wieder vor mit dem Moment vor nein hier klappt oh schein Messer hoho man wow ihr kleinen Figeuner Leute wie wir uns aufregen die kleine Kinder sind so klein sie sehen so lieblich ich wollte sie nur aber dann kommen die Eltern und dann das ist weshalb ich sie töten ok erklärt natürlich alles nur weil die Kinder da kommen und dann die Eltern die wieder zurück haben wollen dann muss man die Eltern und die Kinder töten warum auch nicht weil voll legitim oder nicht ich sie haben uns einmal geschopft und er hat gerade schon wieder Riss gehen nicht zäh boah das ist kein Riss das ist irgendwas gebrochenes was hat sie denn da eine Feind mhm gibt es eine Wahrscheinlichkeit die Mauke doch Schleichwerbung ich das sollten Geld verlangen so hoch warte 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 Regen nochmal um 180 Grad ich hab grad das aufgemacht den Schrank das ist ein Wandschrank nein ich hab auf Ausdruck die Tür auf die Wandraube grad die Tür aufgemacht so gestand da Hanna wollte Hanna die Tür öffnen der macht das drüben geht er in den Raum jetzt immer gehen wir ins Bad das machen das wir machen auf nur nein da drüben hin 90 Grad nahe so nein im Bad ja weh so und da in das real gucken das real egal egal wie hört man so gerade Schulders ach ne die sind beide ein bisschen verändert weil das heißt würde eigentlich hält Scholes heißt und das andere heißt eigentlich gar nie fructis oder irgendwie so wie du dir ausgehend ich hab ne Schwester daheim hey das ist doch richtig ganz genau das gelombt was mir so aus ist ja also ich find schon ah cool das so aber das gibt doch noch gar nicht so lange oder das jedenfalls keine Ahnung frag mich doch nicht das heißt du kann doch kein so alt sein den Dreck du musst aber schon jetzt raus nein wir müssen irgendwas machen mach der Fernseher ich kann das Film da schaue guck muss vorne ne ja mach der Fernseher guck der die Schwule und ich hau mich rechts dann ist dein Backer nach ich geh jetzt ab mach ich das doch mal guck vielleicht muss schon die Zeitentür warte rüber 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 da ist schon noch zwei Türen das wäre eine gute Idee für es aber das ist leider verschwunden du hast doch gerade eben noch ne Ding gekriegt ne Schlüssel vorher kam ja dass eine Tür von außen verschlossen ist achso ich darf nur einmal drüben das ist nicht für 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 den hier ja vorher kam doch vorher kam doch Ding dass du dass die von innen abgeschlossen ist ach das ist die da vorne meine Schule was das war die hier oder ne doch doch eine andere Seite hier ja dann doch die warte hier hier das kann nicht sein hier nein von da kam ja gerade nein wir kam von da sicher Prozent die Säge der Bedeutung über sie steckt und verbaut sich nicht für die Räste sind das ist ein Verlauf zu so gut ja sterb doch du ich hab's gesagt wie das so ein müllbeutel wird kommen ich hab's gesagt scheiß müllbeutel nein ohne spau ok wir machen jetzt noch nacht bis zum nächsten speicherpunkt der herrscher wieder 40 bis zum nächsten speicherpunkt aber wir spielen auf das spiel auf jeden Fall weiter du bist du spiel auf jeden Fall okay ich weiß nicht, dass ich komme du 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 Bis zum nächsten Mal.